Warte, jetzt nicht übermütig werden Oh, jetzt kommt wieder ein Dicker Oh, jetzt kommt wieder ein Dicker Jetzt habe ich auch Slauter, Panic, Hylum, Drede Oh, Hylpats das gute arbeit ja du hast recht man sieht das tor und will hast dich drauf loslaufen und dann hat man die arschkarte erstmal keine panik keine panik auf der titanik 41 auf jeden fall gibt es einen stein das ist gut oh wieder ein boss das gut ich bin mir nicht so sicher das kann nur nach hinten losgehen vor allem habe ich nur noch eine munitionskiste muss dann halt reichen die anderen waren ja schon übel wie der aussieht ja das ist bestimmt ganz leicht ja ja macht sich gerade sein essen warm kann ist der kopf Glück mag er dich, lieber. Oh Gott. Oh nein, doch nicht. So, wo ist er denn hin? So, wo ist er denn hin? So, wo ist er denn hin? Mein fertig. Was ist denn denn der Onkel? Oh, der dreht voll am Rad. Oh, schön zippt in den Hintern. Alter, der zerlegt seinen eigenen Putze, ist der doof. Allerdings. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wie der zittert, wenn du auf den Ball hast, ey. Ah, geht ganz schön nackt? Ja, der ist nicht. Oh nein, jetzt bin ich da auch noch. Scheiße, ey. Scheiße, aah. Ah, versuche ich nochmal platt zu machen, weil ich bin liegt am Boden. Oh nein, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Ja, das ist jetzt blöd, hier komme ich nicht weg, ey. Schade, aber wir haben eine echt gut gehabt, ne? Ja. Aber Munition liegt hier überall noch rum. Ja. Okay, es sieht schon mal besser aus. Ah, gut, gut, gut. Ah, die sind Viecher da ordentlich rum. Wie, haben wir ne platt gemacht? Ja. Geil. Oh. Es läuft. Alter. Ja, es läuft, sagst du. Eigenschaften immer, sagst du. Mensch, ich hätte wohl gut aufgeholt, was ich zu Hause hier. Ja. Ja. Ja.